es ist alle der fristen kann nur denn nicht sein die haben nachfakt ich habe verkehrt veräumt und die auch jetzt hat schnitzel also sechs Jahre scheitern war ein Schild kaputt gemacht jetzt ich nur noch ganz wenig Nein! 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 Scheiße! Jetzt hab ich noch beim Stream gesehen, wie du mich gekillt hast. In dein Stream. Wozu vergisst der? Wir haben zwei Zuschauer! Ich bin voll aus. Ja, krass. Ich hab das viel im Lack ein bisschen. Ja, ich weiß nicht warum. Aktiv. Pfff! Er plantet gerade. Modi. Plantet gerade. Ah. Bei A. Alter, es ist noch nicht mal 21 Uhr, gell? Mhm. Voll krank. Ich dachte früher schon, dass es schon 22 Uhr ist. Es war voll verwirrt, dass meine Eltern gesagt haben, dass es jetzt Abendessen gibt. Ja, Haupt. Bombe 6, ey, ruhig, Alter. Die Bombe wurde platiert! Lol. What the shit? What the fuck? Ich hab drauf geschossen. Alter. Hast du dich ein bisschen erschrocken? Nee, ich hab mich gewundert, warum sie in die Luft geflogen ist. Erschrocken nicht, aber warum sie in die Luft geflogen ist. Tja. Passierte halt. Wenn man sie falsch platziert, dann explodiert sie. Kinder, was ist los? Wir sind im größeren Team und verlieren. Oh, Mann. Jona, bist du 50. Jona, folgt mir. Nein. Jona? Ich bin der Führer. Schützt sich nicht gut. Da vorne sind zwei. Jonas, komm hinter mir. Da. Jonas, mach mal. Einer ist über dir. Einer ist über dir. Einer ist über dir. Einer ist unten. Einer ist unten. Spiel zu spielen. Spiel serious. Ja, mach ich doch. Mach dann. Lass mich blenden, lass mich blenden. Ich denk grad irgendwie an Kellogg's. Nein, ich hab... hindr... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ah, oben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, oh. Ich habe aber keine Ahnung, warum die hochgegangen ist. Ihr seid echt im größeren Team und verliert. Ja, jetzt ist er. Ja, weil der die ganze Zeit im Scheiß Schild spielt. Oh, flennen doch. Ja. Das ist mir die ganze Zeit im Schild. Ich bin jetzt gerade rumleckt bei mir. Ich kann... Warte, ich muss jetzt drüber während mir. Der ist spawn. Hör mal auf dahin zu schießen. Achso, mein Beschuss ist ja auch einer, oder? Bami. Bami. Baddest Aim ever, aber es funktioniert. Aufklärungsdruck online. Der hat eh Eis kalt, das hätte ich euch sagen können. Ah, passt schon. Okay, er ist da, wenn man da zu A reingeht. Also nicht zu A reingeht, sondern wenn man da halt durchgeht. Er ist Blaser. Da, wo man aus der B kommt. Ja. Da. Da. Alter, hab ich mich erschrocken. Die Zeit wird knapp. Da. 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 Immerhin kann ich zwei Claymore platzieren. Oh, oh. Du bist geaast. die irgendwo bist du runtergesprungen wahrscheinlich von dem Aarhaus oben oder ich bin drüben runtergesprungen eine Mutter ist da runtergesprungen warum leck dich schon wieder wie kommt er so schnell dahinter aus der rechten Seite von uns aus das reicht mal was war das für eine Nubreaktion es ist eins gegen eins guck mal bitte kurz ne 2 gegen 1 ok wir haben die uns verloren aber es ist noch nicht vorbei hä warum hast du als Zweitwaffe ja what ich hab die ausgehen noch gewechselt sozusagen ach so man kann ja 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 passt schon ja genau das Ziel verteidigen Achtung! Was ist der Weg? Möp's denn warum AfK? ich bin so behindert ich bin gerade gekommen oh shit ich bin so behindert 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 wir haben die Runde verloren aber das ist noch nicht vorbei du musst das einfach so behindert ja doll warum hat Schnitzel warum hast du den nicht getroffen äh keine ahnung ich konnte nicht so gut abheben Banane Express der war sozusagen im großen Winkel der hat mich gesehen aber ich habe ihn nicht gesehen muss man einfach sagen das war Premium Banane haut sehr schön und packt Trieb dein Ernst nein wir sagen wir haben das Leben gehört das ist nicht lustig doch irgendwie scheint das ist aber auch nichts ich hab das ich bin Nu ja gib mir bitte den Kacksen ein Geschenk nein du nicht pack dich Nöppchen ach leck mich am Arsch hast du gemessen auf die Scheiße das ist nicht so gesund glaub ich doch das täuscht Simon wir wurden blasiert Ninja defuse lol einer ist Haus Spawnhaus Camperhaus am Ding spawn er sollte über kleine Brücke kommen der ist ganz oben Jodi der ist ganz oben in unserem Haus in dem Spawnhaus bring die Mission zu Ende nein und lol es leben noch zwei was krass hab ich auch nicht geblickt aber der Ficker alter ist camp der da mit der Schrotze alter schluss r 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 Schuss. Ja, hä, du hast mich bei... du hast mich... Bei mir hast du mich eh mit dem zweiten Schuss getötet. Echt? Bei mir mit dem ersten. Hat er eine Schlange zu? Meiner müsste schon durch sein. Kleine Brücke. Ja, der ist durch. Fuck! Wie viel das? Das war viel zu viel für mich, Leute. So viel zu viel. Ich ihn hasse. Viel zu viel. Ja, kommt das erst. Lol. Ja, Ferry, halt mal rennen. Güte. Nein! Oder wen? Nein! Irgendjemand ist durch meine Claymore gerannt. Ja, ja, das war ich. Warum hat die dich nicht gekillt? Weil ich halt schnell genug war. Weil sie in die falsche Richtung geblendet hat. Oh nein, fuck. Warte los. Warum nicht? Was? 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 Nein, nicht dieses Mal. Ich weiß, dass du das bist. Was? Woh. Hä, ich dachte, fuck. Ich war gar nicht das Ding, wollte ich nicht. Was? Du kommst du jetzt? LOL Möchte ich nicht Alter, machst du jetzt auch schon einen Knife Run oder was? Ah ah Ich habe keine andere Klasse und ich mag den Revolver, sonst hätte ich da Kimmode schon Nein Einer ist unten durch Ich nife nicht einmal außer Parry, aber der läuft mir auch immer gegen, der ist ja für euch Einer durch, einer durch Einer ist da in der Mitte durch Oh Zwei durch, hab sie Hä, keine Ahnung wo der war Wie was Halt euch Hä, ich habe euch mit dem Check Hä Hä Danny, ganz ehrlich, ich habe dich nicht gesehen Ich habe dich endlich auch nicht gesehen Wann tötest du mich dann, hä Doch, ich habe dich ganz kurz gesehen, da hast du dich ins Gebüsch verkrochen, wenn ich nicht aus der Hüfte geschehen Nein, habe ich nicht Einer bei, bei, ah, ach, das warst du, hoppala Burschtlinger Hoppala 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 Wir haben doch gerade noch gegen 4 Team Ah, Mann, Leute Ja, da war auch noch Rücken Suchen und Rücken Nomini Ich habe den специalnyaern Puh Assisi Trump Oh, da ist jemand ganz rot Warum? Alter Was ist mit meinem Aim gerade?... Hahahaha Spawn LOL Mitte No, weis nois. No, weis nois. No, der ist hinten am Spawn. Wir haben unser Geschütz erstört! Uig, hey. Lauf wo rum, wo er noch nie rumlauft. Ja. Ha, wepschen! Was? Guck dir das an, guck dir das an! War mehr oder weniger ein Lack-Treffer. Loll! Und dann hab ich mich nicht mehr gesehen. Meiner Gebüsch vor mir war. Alter 11-11, Leute. Das ist verteidiger. Okay. Jule, noch eine Runde hier, Vollgas. Ja. Ja. Nein! Jule, warum bleibst du hinten bei uns am Spawn? Mann! Du bist so ein Wichser! Achtung! Achtung! Jetzt sag's doch nicht! So, ich hab's nicht! So, ich hab's nicht. Leute, wir haben hier oben in dem Verbindungshaus ganz links. So, wie es beide ist. Oh, dein Counter-Drohne ist sehr schön. Komm schon! Drück 4! Drück 4! Drück 4! Drück 4! Ja, das ist ne Counter-Drohne, was du willst. Dankeschön! Es kommt mich nicht an. Jule! Toll! Toll! Wenn wir wollen, können wir's doch, gell! Alles ist gut gemacht! Dafür haben wir jetzt ne Counter-Drohne! Tanny, du bist ein Spastik! Was? 11, 12, aber hauptsache ne Counter-Drohne! Ja!